...diskutieren und oft empfindet man eine Wertung jetzt als Turnerin direkt nach seiner Übung anders als sie vielleicht objektiv betrachtet. Wir können ja mal versuchen ein bisschen mitzuwerten, ob wir richtig liegen, auch unsere SWR-Fernsehzuschauer, ob es eine 13, 14 oder 15 gibt für Ruby Harold am Boden. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ruby Harold aus England kommt aus der Nähe von London. Und wir haben so ein bisschen versucht mitzuwerten, also ich finde 13, 14 oder 15. Sophie Hindermann. Landet vorwärts, auch schwierig, weil man den Schwung abbremsen muss, um nicht direkt weiter zu laufen. Genau, und bei Rückwärtssprüngen hat man einfach immer die Übersicht, weil man den Boden viel früher sieht, im Vergleich jetzt zu einer vorwärts gelandeten Abfahrtreihe. Wir haben die Wertung 13,733, eine hohe 13, also...